Ja, wollen wir denn jetzt spielen, oder? Was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Schon wieder. Hä? Was ist denn jetzt so? Mit mir? Ja. Gar nichts, Mann. Chill, Mann. Oh, es gibt in einer Stunde und 20 Minuten neues Update, yeah. Nee, ich will kein Chris-Play. Das ist nicht ein Moment. Hallo, Owe. Hallo, Owe. Was geht ab, Owe? Ich verstehe mir jetzt auch so einen Avatar. Nutz die Zeit, um ein bisschen zu üben. Willst du auch so topmodern sein wie ich? Du stylists. Oh mein Gott. vorbereitungen beendet zeit für den einsatz im kriegsgebiet da oben geht es ja irgendwas geladen tja jetzt ein apfel wird besser nein aber apfel ist ja scheiße ich habe heute wieder mit schönem schach drinnen gestanden und schön beton erstlich ausgekippt und schön eingeatmet und schau so richtig toll brauchst du der helfepatio aufgeräumt ja oben soll ich habe heute mittag noch mal drei stunden geschlafen markiert macht sie fertig feindlichen radar störern unserem bereich entdeckt kopfgeld ziel ist ausgeschaltet wundervoll ich habe mobilen schock wir haben einen feindlichen radar störern bereich entdeckt hat hier medizinische versorgung gefunden echt jetzt vom dach das dach war ein mann Oben ist nicht, steigt wieder ein! Der ist der Link! Na klar, auf dem Dach oben raus. Obe, was hast du gestern so gemacht? Ist da einer gelandet bei dir? Ehrlich? Sag's ja mal! Ich hab noch gesehen. Woppen, ich hab noch nicht gesehen. Das war noch rum. Du hast eine zweite Chance! Mach mal eine Chance! Wir haben den Weg mit dir! Wir sind in der Sicherheitste. Das war noch! Ich hab noch was und ich hab noch nie gesehen! Das ist einfach gescheitert! Das war noch nie! Wir haben die Punkte hin. Ich hab noch einen Flugzeug. Wir haben die升en! Mann, von wo? Ach man, du Arschloch, Junge, du kleiner Camper. Was soll das denn? Echt jetzt? Die Sniper sollte so tief ins Auge wachsen, ey. Was ist eigentlich mit euch? Wird das hier eigentlich mal was zusammenspielen oder? Macht ihr da so ein eigenes Ding? Ich laufe hier bei den Zellen rum. Ach komm schon, sie campen Lowdown ab, ihr so ne kleinen Menschen, ganz ehrlich. Alles was sie können. Wunderbar. Einer ist. Da kommt einer dahergelaufen. Oh, hier ist noch einer. Ey Marcel, meine Kopfschmerzen, ne? Kontakt! Ja, schön, meine Sachen. Wir waren gestern nicht mehr auszuhalten, wo du aufhängen musst. Echt? Mhm. Ich bin ehrlich, ich hab noch nie gespielt. Glaub ich. Statt liegt dieses Mal besser. Truppenmitglied steigt wieder ein. Oh, komm Junge, löscht dich da oben. An der Gondel. Oh, ne. Ach komm schon. Ey, die campen alles ab, ne? Die campen alles ab, egal wo du bist, ey. Selbst an den Zellen campen, sie können eben nicht kennen. Auf den Himmel ab. Ohhhh. Komm, tor ich. Oh, komm. Wir sind drei Leute. Wir sind drei Leute. Eigentlich sind ja heute sofort dagegen. Ey. Er sitzt auch. Mach was draus. Ab die Wien hin. Der Fall spricht über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Der Fall spricht über dem Gebiet ab. Der Fall ist zurück im Spiel. Das ist dein Leben. Ja. Die alten Penner. Ja, sie haben alle Gottes Aims, schon wieder ein Gottes Movement. Ist klar. Ja. Ja. Ja, Marcel, wenn du das nicht hast, das ist dein Problem, Junge. Was? Aim oder Movement oder was? Alles. Oh. Fuck you, alter. Fuck you, Bengel. Aktivität. Der kommt jetzt hinter mir, pass auf. Blà есть! Feindliche Drohne ist ak unfolding. Truppmild des Lichts! Du kommst wieder in Ordnung! Feindlicher Cluster-Schlag, passt auf eure Köpfe auf! Avh Blind5 ein! Das Wiederauferstehungsfenster! Schliess Sie! Nein! Nein! Granate ist auf! Ich hab dich! Es liegt auf mich! Alles gut, ich hab dich! Ah! Kommand, ey! Ja, die haben sie! Ja, wichtig! Dass du noch mal durch meine Munition durchläufst! Ehrlich! Ich hoffe, du stirbst irgendwann, Junge! Am besten eine unheilbare Krankheit oder so! Ist so! Ehrlich! Oh, jetzt zeig auf mich! Ist so! Ehrlich! Jetzt ist meine Platte! Jetzt zieht sich einer im Kabel hoch! Die Zellen ist Feuer! Ja! Jo! Dach wird auch abgecampt! Echt jetzt! Er kommt! Hier! Einzeltür! Ja! Ich hab keine MP-Munition mehr! Tu mir einen Gefallen! So, da bin ich versinnlich durchgelaufen! Ich kann mal gucken, ob ich was hab! Das Gas weitet sich aus! Sicherheitszone verlegt! Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet! Wundervoll! Hier, Cesco! 90! Dann hab ich noch 60! Kopfgeldziel markiert! Wow! Steppe! Da liegt noch Muni! Und ne Plattenpette! Einer! Er ist K.O. Wo? Ja! Da sitzen noch welche! Da ist noch einer! Ich hab's! Ah! Eine Platte! Da kommt! Da landet einer! Da landet einer! Ja, alter! Oh, hinten! Dann durch! Keine Angst! Alles wird gut! Das Gas ist hier auf der Kör! Ich muss schnell nachladen! Alles gut! Halt durch! Hab ich! Oh! Oh! Eine Platte! Uh! Hier Schatz! Ach! Ich hab alles! Hier ist Panzer rum! Eine Platte brauchst du aber! Ich hab noch einen Gas-Shoppy! Oh! 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 Oben drauf hab ich! Ich bleib auf und nach mit Gas-Trophy! Oh, jetzt bin ich runter! Ja, jetzt bin ich runter! Da waren auch keine Platten drin, Patti! Ich brauch ne Gas-Maske! Das Gas kommt näher! Neue Sicherheitszone! machen wir an bitte du bist noch nicht neun shipwreck neue sicherheitszone wird markiert feinde landen im eisersicht kapierstand boden bewegung auf dir schmeißt das scheißding nicht das nächste mal ja natürlich mit dem Boden das ist halt die kacke ne diese gasmaske als zum kotzen ich werde das in Zukunft so machen wenn ich mit random spielen muss sonst fühle ich mich nicht das ertrage ich nicht so viel Blödheit auf einem Haufen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen das ist genauso wie heute morgen eine Missgeburt größer als die andere die da aufgelaufen ist was sagt man nicht ja es ist aber so ganz ehrlich Marcel die wurden damals nicht gestillt ehrlich ich sag das aber nein das darfst du nicht sagen das ist ganz schön frech nein ja egal ich weiß ich weiß dass dich das ärgert ich kann das gut nachvollziehen ja nicht normal aber es dürfte nur Leute mit mir spielen die spielen können und nicht irgendwelche das ist jetzt aber abgehoben ne ist nicht abgehoben guck dir den doch an alter der ist ja wohl leckerlich natürlich so und ihr spielt jetzt die mctennan weil ihr sagt die ist deutlich besser nein die ist scheiße wir haben sie schwer genervt ja weil die mp5 die ich jetzt habe ist nämlich auch der letzte Müll dann spiel ich mal die modern warfare mp5 genau so glaub mir ach so schatz du musst den fat mal einladen ne habe ich schon ich schon komm mal ganz zurück ne kann ich nicht doch nein das ist ein spiel nicht daneben doch die spiel ich jetzt so so endlich hallo fatma endlich hab ich das vergnügen hallo mein gott Wo drückst du denn überall hin? Hey, mach den Stream doch nicht weg. Hey, was machst du denn? Bösewicht. So, guck mal da. Na, was geht ab bei euch? Nicht viel, ne? Hier, da sind hier deine Kopfhörer, hier, guck mal. Die will immer meinen Controller wegnehmen und mit den Kopfhörern spielen. Ich versuche jetzt nochmal die Bullfrog. Ach Leute, Leute von heute. Spricht dich aus, Fatma, was hast du? Wollen wir drüber reden? Das ist so scheiße. Ganz nur Waffen muss ich hier, ist alles, ne? Freischalten. So unmöglich. Das ist meins, da hinten ist deins. Guck mal, ich bring dir jetzt mal den anderen Controller. Guck mal. Da ist der Controller. Da sind die Kopfhörer. Guck mal, hier kannst du schön dran nuckeln. Hier. Nee. Hier. 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 Ja, spiel wie die Mama hier. Festhalten. Auf! Also, musst du hier Gedanken machen? Gayshit. Okay, wгов. Oh mein Gott. Hier, hier. Und da ist die erste. Was denn? Was denn? Okay. Musst du wissen, es gehört dir nicht mehr. Es ist wahr. Ja. Ja, weil das deins ist, ja. Ja, ich hab noch einen großen. Ja, ja. Und? Ja, okay. Ärgere sie jetzt nicht. Willst du Papa spielen? Was ist Mai spielen? Ja. Wenn ihr noch rausgehen wollt, geht. Gleich wird's zu spät dafür, ne? Mirai. Mirai. Okay. Machst du hier die Türen alle zu? Mach sie auf. Damit sie ein bisschen rumlaufen kann. Mach diese Tür bitte auf. Sie offen, die anderen alle zu machen. Und bringen das Auto wieder. Der Einsatz beginnt bald. Langsam, Schatz. Langsam. Die blüßt hier noch was. Scheiße. Unbeschassen. Ja. Sonst kann ich nicht so machen. Komm. Ich bin nicht so lange. Wie ist das? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich bin nicht so lange. Ich bin nicht so lange. Die russische Schuss. Ich bin nicht so lange. manche landen im einsatzgebiet Ach, fuck you, lass mich doch mal in Ruhe üben. Lass mich auch nie üben. So, los geht's. Uiuiui. Was denn? Schluck auf! Wiederauferstehung. Wähle einen Einstiegspunkt für dein Team. Zur Sicherheitszone vorstoßen, das Gas nähert sie schnell. Gefallende Verbündete steigen wieder ein, solange du überlebst. Verdiene Punkte, um sie schneller wieder ins Spiel zu bringen. Alter Fallgewerbe! Jage die Freunde, bevor sie dich jagen! Och, Kind! Nein, was machst du da? Nein, nicht drücken! Vorratskiss, die qualifizieren Position sogar! Wie nett, ey. Danke, 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 danke. Bitte. Oben hat sich auch ein Prisoneriner wieder geholt. Mhm, hast du was? Hallo, Andreas! Hallo, Andreas! Hallo, Andreas! Ach, Mann! Hängt das Spiel bei euch auch? Nö. Nö, fand nicht. Kopfgeldziel identifiziert! Alter, so! Hab Spaß, ja! Ja! Ey, einmal vermied, einmal vermied, einmal vermied auf die Scheiße, ich war im Sandwich. Was ist das denn? Nein! Ich war im Sandwich! Uuuuh! Geile Shit! Lass doch mal! Lass doch mal! Du bist da weg! Oh, Schatz! Die ist in Dusche unten drin, ne? Oh, Schatz! Die ist in Dusche unten drin, ne? Oh, Schatz! Oh, Schatz! Die sind wieder laufen sehr lang, Party! Ja, hier ist das Meer, oder? Ich denke, wir haben aber schon lange geholfen, wenn du in den Dunkeln bist, oder? Ich hab' den. 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 Ich bin getroffen! Ey! Lass mich nicht mit dir! Ich hab' den. Ich hab' den. Da brauchst du nicht mehr landen, jetzt. Das ist übel. Ja. Ähm... Ja, Mann? Nein, 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 nein! Kann ich mal ne Flasche haben, bitte? Okay. Die Zeit ist um. Spiel nicht erreicht! Verbündete Urmeldung! Stöbern wir sie auf! Ist da nix... Ja, was? Ehh... Ach, chill! Ja, ich hab' den. Ey, chill doch, mein Junge! Der ist in Tote. Feindlich habt' Revisionstruften. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs! Hab' ich geholt? Ja, wir sind unterwegs! Tja! Necken! Wie geht das denn noch? Stimme, stimme, dass ich n' Bock bin! ja wegen dieser großen drohne das hast du bist auf der drohne sichtbar hinlegen und nicht bewegen dann siehst du gleich die großen gegner alle jetzt kannst du dich wieder bewegen könnten lo die kaufen shop house ist keiner nein du sollst die elke ablegen lunge sorry meiner wurde in stinkefinger enthalten ja ich habe sie gelandet äh in beiden haus sind sie auf jeden fall oh fuck korrekt nein und hier schon drin zwei stück hier oben ja ich kann aber raten ja 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 er hat doch schon eine ich lege mich immer hin ich muss das irgendwie ja ich habe dir gesagt drei mann da drinnen immer noch ja eine packung kannst du nehmen aber nur skittles ok das gibt es dir auch in der sache ach komm lösch dich ey ernsthaft lo die unten kannst du nicht dran alles an dir bis deine kameraden zurück sind es wird nicht besser bei mir ich glaube ich brauche jahres naja natürlich drei leute das ist doch scheiße das gas weiter sich auf sicherheitzone verlegt trupp mit glied steigt wieder ein schutzverkauf an preise der vorratsstationen wurden angepasst ja gammelschen lo die ab ey die soll echteren krimmel abfauen ey ernsthaft mei wie kann man so drauf sein master nennt er sich auch noch oh god vorsicht feindlicher präzisionsluftschlag aufpassen ja genau ach mensch du warst gerade vor mir wann bist du auf ein also klingt feindliche drohne ist aktiv alles gut halt durch fester ja genau ey wie willst du das erzählen und jetzt zurück zum alles pro gamer hm absolut wie soll das gehen wie soll das gehen hm wie soll das gehen so geht das nicht kaum ich nicht du hast auch ein controller da es ist nicht ja 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 t t t t t t Uwe nächste Runde, also nach der Runde Die Runde Die Waffe ist müh. Oh, der zählt ja an, jetzt fängt er an. Fuck. Ich kann fahren. Geh doch hoch. Ein bisschen Autofahren. Oh, 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 oh. Ich stehe. Die Vorbereitungen beenden. Zeit für den Einsatz im Kriegsgebiet. Oh, 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 oh. Oh, oh. Was? Wiederauferstehung. Werde einen Einstiegspunkt für dein Team. Achtung, das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheitszone gehen. Über Liebe und deine gefallenen Kameraden steigen wieder ein. Oh, ich hab noch nie gekriegt. 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 Oh, oh. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich nehm dir ein Pilzchen nicht mehr. Wir haben einen feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Alter, mach du. Wie schießt denn hier? Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt. Achtung. Panzerabwehrmine platziert. Es sind noch 25 übrig. Die Augen offen halten. Bist du nicht gerade hochgelaufen, Cesko? Ja, der ist noch nicht gleich auf. Idiot. Für einen Lodi kaufen. Ja, dann los. Hier ist Geld. Ich hab Monikiste, hab ich noch. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Okay, die ist umgelandet. Ja, der Dach ist eh safe. Guten Abend, Jens. Wie ist das alles für ein Opfen? Hallo, Jens. Aktivität! Komm, wir danken für dein Like. Kopfgeldziel bestätigt. Du darfst auch gern folgen, wenn du das noch nicht machst. Jetzt spiele ich mal was ganz wildes Neues. Jetzt danken für dein Like. Was ist da los? Du verlierst deinen Boden. Bewegung! Boah, ich dachte, wer zieht zum Bier hoch? Oh, Jens, nicht so, ne? Kommunikationsturm in der Nähe aktiviert. Suche nach feindlichen Positionen. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Auftrag bestätigt. An die Arbeit. Vorratskiste identifiziert. Position wird bestätigt. Feindliches Team macht Jagd auf dich. Sei keine Beute. Wir sind in der Sicherheitszone. Vorratskiste gefunden. Sofort sicher. Auftrag abgeschlossen. Bezahlung unterwegs. Ich kriege was ab. Shop aus. Vorratskiste gefunden. Sofort sicher. Ja. Das Gank kriegt man nicht, oder? Genau, dass man den hier nicht kriegt. In Cluster. Ja, das hat verschiedene Teams. Okay. Hailey? Feind, wir landen im Einsatzgebiet. Ja. Granate ist raus! Die schießen auf mich! Da drinnen darf man doch nicht. Da drinnen darf man doch nicht. Da drinnen darf man doch nicht. Zwei Stückchen auf dem Turm. Sieben weit. Oben im Turm. Einer drinnen. Zwei. Zwei. Einer ist still zurück. Scheiße, die haben sich nicht mehr. Einer not. Wer kämpft im Turm mit der AX 50? Hm. Zwei. 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 Mhr. Und beide runter. Also einen Kreativ. Also ein Kreativ. Ja, klatscheinander. Das ist ein Kreativ. Zwei. 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 Da haben wir keinen Cluster oder irgendetwas hier Du kommst wieder in Ordnung Sheep Rack Der Feind feuert auf mich Ich fand nicht dieses Mal besser Einer K.O. da oben drin Das gibt's doch nicht Ja komm ey Haut ab hoch Tschüss Oh man Haben wir Feindlicher Präzisionsluftschlag aufpassen Kommen wir auf den PC Ich mach's ja erstmal ne Sekunde Ja Party kommt schon Bleib bei mir Das ist immer noch da oben drin Jetzt lassen sich erstmal nicht flicken Kneifen sie zur anderen Seite Ich hab noch die Plattenkiste wenn einer braucht Ja bitte Bitte Wir sind in der Sicherheitszone Mike Mike Dank für dein Like Sascha Dank für dein Doppel Like Sind immer noch zu zweit da oben Sind immer noch zu zweit da oben Ja Wie sieht das im Shophaus aus Keine Ahnung Sind auch welche drin Ja zwei Leute Einer Schildbreak Hier kommt ne Splitterklarade Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt Achtung Wow Hoch Kabinen kommt jemand hier um Ach du Mappe Öök Wo kommen wir noch hin Ja mein ág Das hat gerade jemanden gehört Das Gas breitet sich aus Neue sicherheiten Ja ich hab da noch den Heldschlag Da muss hier irgendwo rumlaufen Ja hinten recht seit ihr recht im Turm nicht verarschen und vor meiner gelandet eine granate geworfen kommunikationsturm in der nähe aktiviert nach feindlichen positionen verstärkung ist unterwegs klaster doppelt hier kommen sie hoch bei mir doppelt hier ja haben gerade zugemacht hier aufgemacht ey ernsthaft wie kann man so schimmeln ey shophouse mischt sich mit ein jetzt klaster leiter hoch sein leiter hoch die es ist immer noch im schwirmen ja komm wie viel klasse haben die denn das gas breitet sich aus da bin ich vom boot fast auf bleib bei mir wir sind hier boah da ist noch einer scheiße und der sitzt direkt links oh noch ein cluster alter ich weiß nicht ob die da ein abo haben einer zuwahl ist von kontrolliert vt hier ist eine versorgungsstation ja sind die da oben hinter mir ich komme verarscht könnte auf jeden anderen weiter hinter dir auch noch hier ja wie viel klassen die da drauf gehauen haben ist ja wahnsinn ja aber die sind unten von living gekommen ja aber die sind unten von living gekommen ja 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 hier Also wenn jemand spielen muss, dann kann ich rausgehen, ne? Bitte? Mir bringt das ja sowieso nicht viel. Ach, Quatsch. Ach, du stehst. Genau. Ja, ich soll dich erst recht entsetzen. Sitze ich mal. Und dann kann der Olin mitspielen. Hey, was? Jeder kann besser spielen als ich. Ach, Quatsch. Das steht schon mal fest. Es kommt alles noch. Das steht schon mal fest. 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 Ach, ja. Das steht schon mal fest. Das steht schon mal fest. Das steht schon mal fest. Untertitelung des ZDF, 2020 ... 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 Hier. Hafen und Ausrüstung prüfen. Bis zum Einsatz dauert es noch ein bisschen. Ich wollte doch was ausprobieren. Warum lassen die... AAAAAH! Habt ihr den Arsch gerettet? Das Training ist vorbei. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Ich habe zwei bei mir. Ich schieße auf wen es stirbt nicht, warum ich? Drei sind oben, oben. Ich geh mal überduschen, ich guck mal ob ich was krieg. Drei. Kommt einer. Hab das Ziel im Visier! Scheiße, die haben mich im Visier! Wie sieht er denn hier aus? Scheiße. Verstärkung ist unterwegs. Feindlich, denn ohne ist aktiv. Oh, muss er. Kopfgeldziel aktiv. Sofort ausreiten. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Ach. Hab das Ziel im Visier. Schild wirkt er um und hat es zu gehälsen. AAAAAAAH! Aufklärung an meiner Position. Drohne beginnt Überflug. Feindliche Drohne ist aktiv. Ja! Das sind alles Pupsi, mein Sch***. Auf jeden Fall sind die Zellen voll. Ja, hier lockt einer. Boah, hinter mir. Oh! Oh. Oh. Ich habe eine Panzerhundsküste. Soll ich die hier im Cheater direkt schmeißen? Also meinetwegen noch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich habe jetzt einer. Oh, vorne sind Flächer. Ach und er finischt direkt, Junge. Ah, einen habe ich links. K.O. Jetzt wackelt alles nicht mehr ab. Nein! Was ist denn da? Pass auf, er kommt. Was? Was? Oh, gut. hier so einer was soll das denn das gibt's doch nicht der feind sprengt über dem gebiet ab auf den himmel achten junge lassen er hat meine stg mitgenommen ich glaube es doch nicht die medizinische versorgung jetzt nicht mein engel ich meine engel einer seiner verbündeten ist zurück im spiel wir laufen hin und her oh nein sie sind dazu zweit einer kauf der finnisch mit dem messer ja 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 die laufen auf jeden fall noch unten rum ich werde hier drüben geschaffen wir sind alle tot da vorne sind auch welche, da musst du aufpassen ja bei uns am Lodi sind sie auch hier 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 wir sind in der sicherheitszone hier 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 das erste bündel gefällt mir ne schön eisen hart ich habe gar keine schrolle ich habe hier so einen kompletten roboter in gold doch jetzt habe ich die schrolle ich muss ja mal rein drücken oder ist mit der zeit Ja hier Soll ich noch mal rausgehen? Erstmal kurz pullern Ich kann nicht mit Waffe rausgehen Nee, wo ist denn raus hier? Suchst du schon? Ja Ja, alles gut Gut, bei dir aber... War nicht angeklebt, oder? Nö Tolles Update Hä, du bist ganz... Sag's bitte gleich, wenn da irgendwas ist Nee, entscheidend, hast du da noch mit? Also bei mir sind alle vier in der Lobby Ja, bei mir auch So eine schöne Millermilch-Banane ist herrlich, sag ich euch Boah, ich habe auch Millermilch, aber Schoko Nee, Schoko mag ich gar nicht Bananen oder Erdbeer? Nee, Erdbeer muss das sein Ja, wir hatten früher ja keine Bananen, weißt du? Deswegen stehe ich total auf Bananen Bananana, 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 Chiquita, Chiquita Nee, ist glaube ich kein Chiquita drin Chiquita, Chiquita, Chiqui, Chiqui Chiqui Ach, du bist da am Knabbern hier Och, Mann Bei mir sucht er nicht Du bist aber mit drin Jetzt sucht er 5 Sekunden, ne? Ja Wo hast du rastest du so aus, Fatma? Ach, nix funkt hier Ich schmeiß den Fläser auf den Fenster ein, da mein Mann sich mal so Warum? Weil das nicht funktioniert hier bei mir Du musst wesentlich mehr spielen Fatma Ja, ich hab aber nicht die Zeit Jübt solange ihr könnt, in Kürze geht es aufs Schlachtfeld Dann musst du sagen Mann, hier hast du Kinder Ich geh spielen Ich bin am Wochenende des Wochenendes wieder da Ja, 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 komm Also willst du mich verarschen? Lass mich doch wie in Ruhe schießen Mann Mh Fatma, restet in der ersten Aufwärmrunde schon auf Ja Mein Gott Es geht los Ich glaube, dieses Spiel möchte, dass wir anfangen zu kiffen oder zu saufen Meinst du? Ja Guck dir Snoop Dogg an Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team Zur Sicherheitszone vorstoßen Das Gas nähert sich schnell Oh, ne Wir wollen den Kameraden zurückzuholen und verdiene Punkte und um zu schulden Okay, wegen dem, ne Ich kann mich immer noch nicht an die Kopf hier Jage die Feinde, bevor sie dich jagen zero Feindlichen Radarschwörern in unserem Bereich der Tech Feinde landen im Einsatzgebiet Jetzt brauchen wir jetzt einen Erwischt Fend um Sack Feindliches Team verfolg deine Position Wieso ist das hier in der Hudde? Oh, meine andere Sache Feindliche Drohne ist aktiv Spend für uns, ey Kann auch sein, dass er oben aus dem Prison kam lasst ihn da laufen party kommt zurück du bist alleine kommt das macht keinen sinn ja komm zurück das macht keinen sinn los kommt er geht auf den hof mann doch nach vorne wie fliegst du denn nach hinten sich verarschen rechte seite fenster gesto gerüst ich bin hoch und rechts im raum Jetzt ist er, glaube ich, nach vorne gelaufen. Nein. Du oder was? Die feindliche Drohne ist aktiv! Die zwei sind unter! Nnennennennennen. Das Gas nähert sich dir! Die feindliche Drohne ist aktiv! Hier! Nein, habe ich! Na, gerade aufs Dach rauf! Rückseite, langer Gang, auch einer! Nein, der ist ja nicht aufs Dach drüben! Willst du mich verarschen, Alter? Langer Gang, Doppeltür, immer noch unter Dach, immer noch einer! Feindlicher Präzisionsluftschlag, aufpassen! Er hat meine Mine gesehen, ich habe in der Munibox aufgehoben. Ja, das ist die von mir. Wasch auf, wo du hinschießt, pendejo! Wer hat denn wen angeschossen hier? Hier kommt einer. Ist durch. Ey! Was machst du? Rechte und linke Seite einer! Hm. Nix noch! Los, 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 los! Da ist nichts mehr! Einer K.O. Ja, einer noch, der kommt! Oh! Schön! Ich wäre fast tot! Aber war nicht das Team ausgelöscht, ne? Nein! Kommt rein! Hier liegen genug Lachen und Wachen! Ich habe ihn! Fast! Auf dem Gerüst! Ja, ich habe ihn geholt! Da kommt noch einer! Ja! Wenn man ihnえ aktuell! Was? Platziere Claymore! Du und Frostig sind noch im Einsatzgebiet aktiv! Stimmt mit dem nicht, ey! Die hoffte ich nicht. Meine Ente ist Frostig, ey! Auftragszeit abgelaufen! Erledige den nächsten! Cusamba, hinten ist doch auch! Die Drohne ist aktiv! Rollst du zum Zielgebiet vor! Du hast nicht den ganzen Tag Zeit! Was? Wieso ist das nicht hier? Wieso ist das nicht hier? Ne, noch nicht hier! Na Gott, wir brauchen Hilfe, ne? Jo! Wieso macht denn so? Wir haben einen Schiff genommen! Ist das jetzt nicht alleine? Jo, danke! Das ist Frostig und der Vorlauf! Wow! Weiß nicht von wo! Mittig, glaub ich, oder so? Ja, ich seh noch! Das ist eine Rakete! Das bist du ein Karnicke, Junge, oder? Wir sind die Rekete! Welche Seite links? Rechts! Alter, bist du nicht verarscht? Er läuft zum Seilzug! Mit einem Schiff bin ich durch! Langer Gang unten, kommt durch! Was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nicht losgehen! Ich... Ich... Fatma, wo bist du gestorben? Äh... Am Fenster oben, am Geländer! Ah, jetzt sind sie wieder oben auf dem Dach, genau! Ja, da, da, links! Wenn ich nicht drauf bin! Keelbrake! Linke Seite! Starte eine Rakete! Starte eine Rakete! Weißt du, wo Joyce wohnt denn welche Dings? Nein, gehst du dahin und sagst, wir müssen die Fahrräder runterbringen! Ja, was soll es bestehen? Ich stand da nicht allein! Okay, er ist tot! Ab zur neuen Sicherheitszone! Ja! Ich komm wieder! Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel! Eine auf dem Dach! Reise der Vorratsstationen wurden angepasst! Starte eine Rakete! Ach, Mensch! Mann! Auftragszeit abgelaufen! Erledige den... Nix funkt bei mir! Möchtest du eine MP5 haben, Cesco? Nee! Danke! Okay! Ja, Ober! Und dir! Wieder Aufmerksamung endet gleich! Auf der Hut bleiben! Gott, was macht der für ein hässliches Visier auf der STG? Gerüst ist einer! Oh! Ich helfe dann für ein Like! Da kommt mir nicht hin! Hab ich! Ich muss Plattenkiste schmeißen! Ja! Das freut mich! Vorratskiste lokalisiert! Position sichern! Alle in die Sicherheitszone! Bin getroppelt! Wär doch schwer, einer! Ich werd hier getroffen! Ich werd hier getroffen! Alter, langsam gehen die mir auf den Sack, ne? Die campen und stappen sich ab, ne? Starte eine Rakete! Hm... Kopfgeldziel bestätigt! Ah, Dach sind sie ja, ne? Also ne... Ich bin auf dem Dach! Stehe unter Feind geschossen! Ja! Vorne, linke Seite! Starte eine Rakete! Oh, ich hab kein Fahnenkreuz! Rechte Seite, Seil zu hoch! Ja, okay! Da, okay! Hat das viel WD! Weißenhause ist auch noch einmal! Wachtliche Drohne ist aktiv! Wieder auf, wenn die um ihn länger möglich! Alter! Jetzt kommt es drauf an! Oh, ne! Die Waffe ist doch richtiger Schmutz! Welche? Kilo oder was ist das da ist? Ich bin vor ne Doppeltür, ich kann noch nix sehen! Mh... Mh... Druckbar, was sie grad krank! Ich hör aber Steps unten irgendwo! Wo am Turm? Ja... Ich krieg ihn, ich markiert, ne? Der markiert ist ja nicht nur rum! Zurück hier vor! Halt! Da sind wir uns! Und wir hochkommen? Ja, das ist klar! Ne, Weine über die Zauber ist... Die Form ist runter, gesprungen dort. Rechte Seite Doppeltür. Hier, hier, hier. Zwei Stück, die sitzen, Alter. Einer ist noch, einer ist noch, einer ist tot. Komm rein. Jawoll. Ich hab ihn. Hast du das gesehen? Auftaktzeit abgedacht. Scheiss, geht Campe, ey. Ja. Oh my goodness. Ich weine gleich. Das war so gut. Das hat sich so gut angenommen. Ich habe ein Kranier aufgebracht. Rückkehr zum Auftakt. Wir müssen, ne? Oh, 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 oh. Ja, die Aims hat von unten und von über. Ernst? Ja, die Aims hat von unten und von sich war. Ey. Juhu. Juhu. Soll ich das auch noch raus was? Ja, noch 10 öffnen. Ja, noch 10 öffnen. Eine Listenaktualisierung steht zur Verfügung. Die Listenaktualisierung liegt jetzt. wählen abwählen löschen keine freunde online danke jesko für den doppel ich habe leider nicht nein 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 Naja, ob du? Ja, du! Du!!! wenn du? đu mit? Möte, Möte, Möte? Ma...ешь... Mach das nicht? Hallo Nein Du, Omi Du Ommi! Nein! Was soll ich kochen? Was läuft die denn? Ein Bus verhält nicht Vor meine Tür, so läuft das an Dann steige ich auch ein Gut Wunderbar, wie alt bist du das? Wie alt bist du denn? Wunderbar, wie alt bist du denn? Ja Seid ihr soweit? Yes Marcel auch? Ja Meine Tochter ist mit ihrem Tochter reingegangen Wusste ich nicht Einer sagt den Tiktak zu klauen und meine Tochter meinte, oh wenn er das mache ich das auch tot den Ei Sie haben sie jetzt Hausverbot gemacht Und jetzt Und jetzt Ich erfahre das erst zwei Tage später natürlich Weil sie irgendwie, ich habe sie dann zum Netto geschickt Hol mal das, das, das Und dann kommt eine Frau mit und sie so, ihre Tuche darf gar nicht da rein hab ich gerade erfahren Ja, sie wurde beim Klauen erwischt Ich so, was? Gruppenzwang nennt man sowas Gruppenzwang Guck Ich so Kind, wenn du mit 6 so bist, dann will ich nicht wissen, wenn du mit 18 bist Nein, ich glaube, ich muss sie einsperren oder so Ich glaube, ich muss sie einsperren oder so Ich ich So lange ihr könnt, in Kürze geht es aufs Schlachtfeld. Auf den Himmelasten! Jetzt ist Schluss mit lustig! Bereit halten für Einsatz im Kriegsgebiet! Wieder auf! Was für eine Hexenlache! Was für das? Los, go PD! Warte! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ab zu bei, Lodi kaufen! Kann ich auch mal spielen? Lass mal bitte! Ich auch? Bitte! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Danke! Ich komme! 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 Ich bin lost! Ich bin lost! Weint markiert! Wir empfangen Daten vom Kommunikation... Wir sind alle lost! Wir sind alle lost! Merle, was hast du du da gesagt? Zeig mal, wie man schießt! Ich zeig dir, wie man schießt! Ich schaue mal! Merle, du ziehst! Das ist ja für uns, das ist ja für uns. Ich bin gespannt. Kann man Deutschland auch gleich spielen? Wenn es da ist? Hm? Hat irgendwer Sniper-Munitiere gegenüber? Ja, ich hab 16. Oh, würde ich nehmen. Ich spiele mich mit Papel. Wundervoll. 24. Danke. Fatma, hast du was noch nie im Lodi? Fatma holt jetzt alle ohne Lodi. Ach, mit Fissor mit dem Messer. Ja, ich bin... Ja, mein falschen Radarstörer... Kann man denn nicht so gut sein? Ja, ganz hinten. Ja, ganz hinten. Da, grünen Ping da hinten. Blauen. Da. Nehme neue Position einfach. Ach, eine da! Da hab ich so einen Sitz gesehen, wo man... Ja, das ist ja mein... Ja. Meine Scheiße. Warte, ich hole dich. Warte, 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 warte. Ich bin drüben. Ach, du meinst du? Kannst du auch noch? Warte, mir dahin. Ich werde hier drüben beschossen. Ich bin drüben. Shop raus. Hitsgekriegt. Oh! Sie müsste sofort nicht bin. Die sind übeldrehen. Hey K, dank für deinen Like. Da sind zwei drinnen oder drei. Oh, nicht viel über dir. Ach, Mensch. Kann ich? Kann ich auch nicht? Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Sie öne. Spiel mit ihr ein bisschen, dann mach ich dir das an, dann krieg ich die Spur verloren. Jetzt bin ich bei euch. Ich bin voll lost, ja. Hallo, Janik. Hallo, Kai. Oha, Janik. Na, mein süßes Alter. Pritzi, komm. Hallo. Ich bin der Mond, der Mond da kann. Immer. Mal gucken, wir sind immer noch nicht hier an, ne. Ah, alles. Immer. Schönen Verkauf anziehen. Kreise der Vorratsstationen wurden angefasst. Zielgebiet markiert. Feuerfreigabe. Anfrage erhalten. Klasterschlag anziehen. Turmhaus und auch mal hier, Vorsicht. Eifeltür. Händenturm. Ja. Seilzucht. Ich lache denn. Der muss runtergesprungen sein. Wasser bleiben. Das Wiederauferstehungsfenster schließt sich. Kommunikationsturm in der Nähe aktiviert. Ich wusste nicht, dass das dein ist. Entschuldigung. Ja, ja, klar. Bei der leichte Lichtse doch gar nicht, meine. Der Schutzverkauf ist beendet. Alle Preise wieder normal. Doppeltür. Nein, ist schön prügt. Ist lockt. Raus. Welche Seite? Rechts, links? Der ist raus. Das Gas breitet sich aus. Ich weiß nicht, rechts durch oder so war der. Einzeltür. Oh, oben vom Turm. Ich hoffe, hier muss einer sein. Raus. Oh, schoss. Oh, schoss. Oh, schoss. Was hab ich geschrien? Ich geh schon hin, nicht geschrien. Uff. Ich hab dich, ich hab dich. Sprühkagger. Was hab ich jetzt mal nicht? Sprühkagger. ich würd sie noch einen schönen Arm, Kay, darfst du dich ärgern Alexander, danke für die Reise Hayley kommt, Hayley kommt Den wollt ihr denn verarschen, ich treffe keinen mehr, oder? Hey, die Doppeltür ist aufgegangen, äh, Einzelter meine ich Hat jemand ne Muni-Kiste? Ja, ich Die schmeiß ich jetzt doch hier vorne Die haben wir auch nicht Nee, die hab ich leider nicht Ja, kann ich dir gleich geben Einfach nur direkt, wenn du mit der Bistur, um die Bistur zu laufen Unten rein, unten rein Prison unten rein Ja, bei der Leiter auch einer ungefähr Es ist ein weiterer Weg, bis jetzt los Was ist denn los? Ohhhh Gas kommt, Leute Hab ich dir dahin gelegt? Nee Danke Klasse Au 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 Kass Au Au ich gehe dann mal danke für spielen mit mir ja danke euch bis zum nächsten mal Ich kann mich alleine jetzt spielen. Sack. Wer spielt denn mit mir? Ach, Minnes. Ach, Minnes. Ich schau. Sie reagiert gerade nicht. So, ciao, ciao, Babys. Ciao. Danke, Uwe. Wir haben noch ein Plätzchen. Wer möchte mit spielen? Ich nicht. Ich auch nicht. Also, wenn du mich so fragst, ich nicht. Von was? Wie, von was? Von was bist du müde? Weiß nicht. Kann nicht sein. Hast genug gepennt heute. Das heißt geschlafen. Nee, in deinem Fall gepennt. Nein. Okay, Jens. Okay, wenn es sein muss, Jens. Ach nee, du müsstest schon eine Einladung haben. Ich kann dich nämlich nicht mehr einladen. Bist du dir ganz sicher? Ja. Sicher? Bist du dir sicher? Redest du jetzt nicht mehr mit mir? Nee. Warum? Was hast du denn? Hey, Marcel. Okay. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was denn? Nein. Ich habe mir gerade meinen Kaffee fertig gemacht, Mensch. Hallo, Jens. Hallo, Jens. Guten Morgen. Hallo, Jens. Wie geht es dir, Jens? Gut, heute wieder. Ja, bist du ja fit, sagst du? Ich bin wieder fit, ja. Also, gestern hatte ich garantiert nichts mehr getroffen. Verstehe ich gar nicht. Alter, wer ist das? Marcel. Ich war das, Cesco. Stört dich das? Etwas. Entschuldige, bitte. Kommt nicht wieder vor. Dann machen wir auch gleich einen Kaffee in, das schlöp ich auch. Marco hat es heute seine Playstation bekommen. Ist angekommen. Ja. Na, siehste. Warum ist er nicht hip-stream? Was ist das mit ihm? Weil er sie wahrscheinlich einrichtet und woanders aktiv ist. Er eingerechnet hat er das schon? Er ist das gerade an Installieren von den ganzen COD-Teilen. Ja, also ist er nächstes Jahr soweit zum Mitspielen. Janik, wir hatten noch einen Mitspieler gesucht. Wir haben einen gefunden. Ist ja aufbauend viel. Pascal, danke für deinen Like. Mann, du blöde Scheiß-Ding-Star-Boom-Star-Tablet. Wie ich schon sagte, das kann nicht sein. Okay, Obe. Ich kann immer schlafen. Nein. Das muss eine Frauenkrankheit sein. Ja. Ja. Na, heute Morgen gießt mir nicht so gut. Sehr verscheut. Ja, so viel habe ich gar nicht getrunken gestern. Du hast ja nicht mal mitgekriegt, dass ich heute Morgen alles angemacht habe. Doch, das habe ich mitbekommen. Nein, hast du nicht. Doch. Nein, du hast weitergesägt. Blut, ich bin dein Vater. Marcel, ich weiß gar nicht, warum du mal nachts. Ja. Party ist ein Nachtaktiver Mensch. Party möchte nachts arbeiten. Nicht Tagsüber. Naja. Na, ich weiß gar nicht. Ausrüstung und Waffen. Wir brechen bald aus. Vögel, Wax muss drauf. Das ist doch noch vorher. Ja. Ich war so müde auf einmal, dann schnapp ich mich an. Nee. Aber vorher sagst du noch, nö, ich schlafe. Wann? Jetzt, heute mal, heute wird das. Dein Hund! Ich brauch halt ja meinen Schlaf. Ja. Immer. Mein Schönheitsschlaf. Ach du Scheiße. Ich weiß, ich brauch den nicht mehr, aber... Oh mein Gott. Wieder auf. Mann, reiche mir die königliche Kotztüte. Okay. Was sag ich eigentlich so Scheiße? Kennst du das anders von uns, Patti? Nein. Gehst du? Die spiel ich auch irgendwann nicht mal mit euch. Ja, dann lässt du es euch. Das ist immer voll gemein zu sein. Nö. Ach so. Ich bin mal verliebt zu euch hier. Ja, genau. Ich lapp mich tot. Da mündete Drohne in der Luft. Stöbern wir sie auf. Ehrlich mal. Töche, alle Ziele. Los. Ich hab doch noch nichts mitgekriegt, was du lieb bist. Ja, da kommt schon einer von der Außenseite hier. Ja, von da. Aktivität! Nee, ist ja gar keiner mehr. Das ist ein Vollsteam-Chef, guck. Zwei Mann, runden drin. Am Boden! Kann weitergehen. Matt, danke für deinen Like. Ich weiß gar nicht, was ich hab. Guck, wo wir sind. Okay, die Tonne noch abgraben. Feindliche Drohne ist aktiv! Oh! Windend! 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 Pumpefreund! Gasmaske! Wir haben Ausklärung online! Drohne beginnt überflucht! Das ist nix mehr. Feindliche Drohne ist aktiv! Oh oh! Feindliche Drohne ist aktiv! 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 Können wir das Ding weg machen da, Alter? Naja, natürlich nicht Ja, komm, hier ist der Nächste Ach Gott Bleiben wir langsam Komisch, immer wenn ich irgendwas ziehen will hier Es ist alles an dir, bis deine Kameraden zurück sind Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel Warte auf mich, Chesko Warte auf mich Komm, Cheater hoch Ich geh im Schnau ins Lodi Sie sind im Gefängnis drin, im Gefängnisdack Sie sind in der Ausrüstung Sie waren allein, nur hinterm Dach waren sie alle Einer deiner Verbündeten ist zurück Ich hab mich im Gefängnis Ich hab mich im Gefängnis Einer Sheepbrake Gerade durch noch einer einer raus ich stehe unter beschuss hier draußen ist einer muss mich pläten ich habe nur eine platte zwei verschiedene teams wir dass man dann in der zeit auch nicht nachladen kann alle einmal tief ich habe eine klangschale den gong vergessen ich sage ja wir möchten dass wir anfangen zu kiffen ja demnächst kommt noch winnie pooh als operator und dann passt das schon und ticker bitte das passt ja nicht irgendwann laufen wir alle hier im spiel dauerkiffen mit ein honigbart und mund durch die map wahllos möchte doch nur mal wieder eine runde gewinnen kraft und ausrüstung prüfen bis zum einsatz dauert es noch ein bisschen dann landen im einsatzgebiet also so Okay. Okay. Ich bin da, Patti. Ich bin da, Patti. Ja, Patti kommt runter. Ja, ist abgehauen nach links. Ja, links geht schlecht. Vorratskiste markiert. Sichere die Waren. Wir haben einen feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Ich bin mit ihr draußen, Chester. Der Feind sprengt über dem Gebiet an. Auftrag gescheitert. Feuer einstellt. Ich hab keine Sturmgewehrmonie mehr. Nein! Nein, er kommt hier. Dusche runter. Blitz nicht. Arsch! Nein! Okay. Wir waren ein bisschen schneller. Geh wieder zu Cesco. Ja. Auf dem Gerüst draußen einer. Ich bin tot. Feindlicher Soldat in der Nähe. Feindlicher Soldat in der Nähe. Ja, ich weiß noch mal Geld. Wir haben einen feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Wir haben einen feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Wir haben einen feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Es werden uns nicht mehr anziehen. Es wird nicht mehr so groß sein. Es wird verrückt. Zwei Mann. Zwei Mann. Zwei Mann. Zwei Mann. Zwei Mann. der holt ihn jetzt wieder hier jens hier liegen noch sache verschlagung ist unterwegs ach komm schon ernsthaft also für den nahkampf fight ist die h4 blicksen gar nix das letzte müll und jetzt die kreise und trifft alles die kreise die kreise dann die und wieder einer hinter mir da landet wieder einer hier unter dem cheater einer bei schiefer drin hier kommt wieder was mit sensor aktivität wieder ein anderes team da draußen mit wiederbelebt einmal klippen bitte da läuft noch draußen einer von cheater zwei mann landen wieder einer karo einer ist noch da draußen wird wiederbelebt sind jetzt zu dritt draußen wieder ein ko noch ein ko das ist noch ein dritter auf jeden fall ausgelöscht alter das kommt näher neue sicherheitszone wird markiert platten kiste hier hinten steht er ach warum laufen die mir immer in die arme was wollen die da immer von ihr hat den nichts kopf geld ziel markiert mach sie fertig wieder auferstehung endet gleich auf der hut bleiben der schussverkauf ist beendet alle preise wieder normal ich höre kommt die der bretto habe ich da ist noch eine platten tasche nähere mich dem objekt das ist unten beim auto richtung punkter laufen sie auch da unten da unten ah ah der kann erschneiden wow jetzt kommt es drauf an das gas weitet sich aus sicherheitszone verlegt direkt irgendwo beim seilzug muss einer sein in die richtung kopf guck mal doppeltür und leiter gleichzeitig hier unten ja hinter uns ist irgendwo noch einer gelandet hier unten hier unten die hat mich eigentlich nicht auf die hier unten hat sich so passt hier unten letzten zehn macht sie fertig kommt die tür rein ja da kam mir die keine ahnung hier shop haus haben aber den baum freundlicher soldat in der nähe er fällt runter weil er dumm ist das kopfgeld ziel ist ausgepraltet wundervoll das gas breitet sich aus und da wir sind einer so ein schweiß gasmaske über mir hinter der mauer nein du musst mich verarschen ich war stand safe scheiß gas maske Okay, I'm putting my insides in Fing-Fing-Ti, in Factor. ich hatte endlich mal wieder zum kehrt was kann ich habe stehen da unten noch und daheim noch bekommen ja den hast du noch bekommen den habe ich noch gefinisht obwohl sie sich wiederholen das mit der sdg aus dem spiel der einsatz beginnt aber die da eben vom cheater auf dem bretter die waren glaube ich ein bisschen lost oder so keine ahnung rennen alle drei da rein und und Das Training ist vorbei. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Oh, mein Kaffee wird heiß. Kaffee. Mein Kaffee wird heiß. Wie heiß? Nein, heiß. Alles, was ich in meiner Nähe befindet, wird heiß. Nein! Hau doch ab! Nein, der hebt sich auf. Zwei Mann K.O. Um sich wieder zu lebt. Einer kam hinter mir noch rein. Oh, kam noch einer. Da brauchst du uns nicht mehr rein. Geht da rein. Cheater ist auch schon einer drin. Cheater sind sie auch schon drin, zwei Mann. Na, noch einer. Ja, noch einer. Oh Gott. Komm extra vom Dach runter, nur um da rein zu pushen. Ey, was sind das für Leute, ey. Ich nehme mich um, wer hier oben snipen. Ah. es ist hier sind auch welcher ich bin chemical gegangen leute bei mir läuft hier noch einer ich hab den auch aber hier war noch einer gewesen hier unten war doch eigentlich laufen sie auch schon lo die gekauft ist hier musste ich danke schön danke schön Ich habe aber keine Munition, das ist viel schlimmer. Ich kaufe Munitionskirche, kein Problem. Aufrag abgeschlossen, Bezahlung unterwegs. Fliegt Pilgewag ab, oder? Seht Kontakt. Ich finde auch noch was kaufen hier, ne? Ja. Ich finde auch eine. Ach ne, du hast eine. Ich habe eine gekauft, ja. Ja, Summe ist safe. Ihr seid Chemiker drin? Ja. Ja, hier war niemand. Gut, Lobau liegt ja auch hier vorne. Scheidliches Team macht Jagd auf dich, sei keine Beute. Verkündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ach, ich komme hier in eine ganz andere Richtung. Boah. Probieren wir hin? Mir egal. Was ist das, Jens? Ja, egal. Egal, gib das nicht. Egal. Nein. Ja? Oh, ich gebe da, wie zum Prism. Oh, gut. Kann man doch wieder sterben, oder was? Wir müssen doch eh dahin. Ja. Wie geht's? Was ist das denn hinter mir, ey? Ja, doch ist safe, ne? Sicher? Ja, jetzt kannst du es ja. Vermündete Drohne in der Luft. Stöbern wir sie auf. Hm. Hm. Hier oben ist einer drin. Ah. Habeiß. Nicht mehr. Vorne im Knastdach auf jeden Fall. Die sind unten drinne. Ja, in der Zellen. Ich hab's gesehen. Marcel, wo bist du? Ach, hier oben. Ich bin vorne im Prism-Dach. Okay. Ich hab auch noch ne Muni-Boxe kauft gehabt, falls einer Muni braucht. Äh, Jens, kommst du? Ja, ich komm los. Wir empfangen Daten vom Kommunikationsturm in der Nähe. Feindlichen Drohnen. Die kommen, äh, Einzeltür jetzt. Das Gas kommt. Also, sieht so aus, die Richtung. Ja. Gerüst, einer. Einer K.O. Ja. Was sind wir aus dem Pferd? Auf einer gerüst. P-C. 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 Boah, du schlägst raus, ja? Die war ich schlägst raus, ja. Die haben mich echt deckt. Granache ist raus. Granache ist raus. Der hat auf jeden Fall auch noch ne Muni-Box. Kann die einer nehmen? Ja, ja. Ja. Hier ist doch noch Muni-Box. Meine, wir landen im Einsatzgebiet. Granate ist raus! Unter mir laufen sie. Einzeltür, wieder einer? Kommt wieder einer hoch. Mhm. Ich pass gewiss da auf. Gucken wir jetzt alle in eine Richtung? Nein, ich pass hinten auf hier. Ich pass hier hinten auf. Okay. Alles gut. Er ist da. Geht wieder runter. Ja. Unter mir ist einer. Einzeltür, ist ein Sniper. Ja, ich hab Sniper, warte. Ja. Schildbreak. Aufpassen. Ich denke mal, ich stecke erst mal Platten auf. Da sind zwei, drei Mann. Doppeltür. Drei Mann, Doppeltür. Drei Mann, Doppeltür. Ja, verdreht rum. Doppeltür. Die müssen hier oben nehmen. Ja, das sind hier oben. Anfrage erhalten! Ein Klasserschlag aktiv! Ein Kussgerüst! Ich beleg dich schnell wieder. Haltet mal bitte. Ja. Lass es einmal nach. Lass es einmal nach. Lass es einmal nach. Du wirst nach. von control center ich glaube es doch nicht ja ich liege unten pass nur auf ich weiß nicht die laufen hier unten glaube ich rum ja an der leiter geht wieder unten rein war klar von control center so reudig das kommt ein feindliches team verfolgt eine position und dort ist noch einer da ist aber noch einer einzeltür lande deiner das kannst du mir nicht erzählen schmeißen der granate party dahin der sammlo die immer noch er kommt jetzt hier vorne der definitiv was anhalte das können wir nicht erzählen es waren nur noch 10 übrig was hat der gespielt mit der amt oder was nein vor allem hat er mit klack gesnipet wie hat er das gemacht so schnell wechselt kein mensch waffen leckerlich lecker und 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 Was ist das? Geht los. Jetzt beginnt der richtige Kampf. Geht los. 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 Tunnel kommt einer. Geht los. 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 nein ja die bühne lag so weit weg jetzt andersrum wir bringen dich an die Front zurück, schnapp sie dir sie hätte anders liegen müssen Lodi ist nicht safe das kann sich nicht aus komm du Dauer Camper ja natürlich, und ich treffe ihn natürlich warum sollte er auch was wähle ich mir überhaupt ein das kommt der Ziel ist ausgeschaltet, wundervoll die Zeit wird knapp, rück zum Meergebiet vor kommt das Gas schon mach einmal schnell den Hamsternauftrag hab Kiste geworfen verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs Auftrag abgeschlossen, Bezahlung wurde autorisiert die Uhr tickt, begebt dich zum Ziel kann einer den Prezi mitnehmen? Ausrüstung markiert hab ich feindliche Drohne ist aktiv von wo? äh, aber ist einer drauf das sind runtergesprungen verbündete Drohne in der Luft kommt unten rein mhm ist oben, ist klar äh, der war oben drauf ja, ne, ich meine nur grad das ist klar wie er mich geholt hat ich werde hier getroffen ich werde hier getroffen und oben ist oben drin sitzt rechts ja ich sehe es ich bin jetzt unterwegs ihr habt noch alles self frei an der Beine mhm ja, ich muss aber erstmal da hinkommen Auftrag abgeschlossen mobilen Shop gefunden hier ist noch ne Gasmaske braucht jemand ne Gasmaske? können wir noch ne Muni Kiste haben wir noch einer auf Tasche ich hab mobilen Shop genommen hier die Gasmaske hab ich schon aufgehoben aber Muni und alles liegt genug hier ist noch ne Plattenkiste hier ist noch ne Plattenkiste hier ist noch ein Gas, Schofi Weltaufrüstung kapitel da oben ist einer das Giste hab ich das Gas weichert sich aus Sicherheitszone verringt ist das der die denn ernst sagen? feindliche Verfolger abgeschüttelt ich geh mit der Gonde geh ich hoch das Verkauf aktiv weil sie der Vorratsstation wurden angepasst dahinter landet einer Ziel sieht feindlich aus wo da wo du jetzt hinrennt hat einer gelandet ja feindliche Drohne ist da Nova haben sie Kiste geschlossen feindliche Drohne ist aktiv feindliche verbesserte Drohne über uns aufpassen feindliche verbesserte Drohne über uns aufpassen vom Schiff aufpassen wieder Auferstehung ist gleich vorbei hab sie gesehen K.O. Sorry alles gut machs gut bis raus tschau tschau bis neulich ok wir bleiben erst noch zu fliegen was ey aber wo Schiff sind noch welche? da hinter ok komm los das Gas nähert sich dir Granate ist raus Jens der ist da um auf dem Dach die Seite sauber Cesko ja schatz hier liegt noch was Krieg ah jetzt ist dies vorhin aber warte Marcel hat doch ich hab einen mobilen Schall wir können Lodi holen sonst nochmal ich soll nochmal ein Lodi ziehen ja mach mal wow ich bin vom Dach gefallen ich bin schon ja ich hole einen Lodi ich kaufe das Missionsziel lautet das Kopfgeldziel auszuschalten Lodi kommt vielen Dank verbindete Ausrüstungslieferung unterwegs brauchst du Munition? oder hast du es vollgeladen? du müsstest eine vollgeladen haben das Gas weist jetzt nicht aus hier ist nochmal Geld für Plattenpatti ja ich kann nur welche kaufen ich hab noch eine Plattenkiste ich hab noch eine Plattenkiste ja lass sie noch lass sie noch alles gut hier liegt noch einer dann hole ich mal noch eine Drohne ja schmeiß mal dein Gast Geld ab bitte vermündete Drohne in der Luft stöbern wir sie auf wir haben Ausführung online Zone beginnt Überflug da ist hier unten ein Bunker rein ja 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 die sind unter uns ne ja immer noch eine Munitionskiste oder so jo brauchst du jetzt klingst oder das? nein nö fahrtlos für ein Freund ne das Gas ist hier auf den Fersen hier unten laufen sie hier unten laufen sie ja was raus hier feindlich auf feindlich der Drohne ist aktiv nein schildfreie alle ganz links außen laufen sie ganz links außen laufen sie werfe granate dieses Gas kommt da schon ja ja klar ja 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 nein 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 von hinten party pass auf ach gott wie reudig hier kostet stirb im gas kommt stirb im gas da kommt gleich eine party und wurde an der mauer natürlich treffe ich dir nur ganz leicht oder was das gas breitet sich aus sicherheitszone wird verlegt bist du geistig geistig behindert er stützt dich auf weil er dumm ist nee was will ich machen ich gebe erstmal rauchen hast du das noch eingestellt was damit immer aufschützen nee das ist nur schmutz ganze spiel packt mich so ab zur zeit ne da kommen irgendwelche ich wette mit die die hat nur 0.20k die diese idioten dann soll ich noch Pause einlegen nee sollte was anderes spielen Broforce oh ja Broforce da geht jens wieder richtig auf wenn ich das spiele mensch ja B.A. Baracos und sowas ne ja ich fand blade besser blade war deutlich besser definitiv nein nein Bro in black ist auch cool du kennst uns auch Schatz ne das Spiel Broforce keine Ahnung was hier mal mit Dennis gespielt habe wo wir uns kaputt gelacht haben kann sein ja 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 Vielen Dank. 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 Danke, dass ihr da wart, aber ich höre nichts mehr.